Hallöchen! Heute bin ich mit einer Empfehlung für euch da. Und zwar habe ich mir, weil ich so ein paar Pickelchen habe durch eins meiner Produkte, ich kann nicht mal genau sagen, welches es ist, aber ich weiß nicht. Ich hatte so zwei Pickelchen und da habe ich mir gedacht, ach ja, nimmst du mal den Essence Pure Skin, denn diesen Duo, was, wie heißt das hier, Pure Town Spotfighting Anti-Pickel-Duo, toller langer Name, kann sich kein Schwein merken. Auf jeden Fall, den habe ich mir gekauft und dachte mir, wenn du so vereinzelt mal Pickel hast, kannst du den mal anwenden. Ja, als erstes tut man damit über die Pickeln Rollen sozusagen und als zweites hat man hier einen Concealer, mit dem man drüber geht und das soll dann Pickel bekämpfen, irgendwie zumindest, heißt es. Pickelbekämpfung und Abdeckung. Hm, na ja. Pickelbekämpfung? Nö. Ich habe überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Ich hatte, wie gesagt, zwei. Ich habe einen behandelt und einen nicht. Sie sind beide gleich schnell langsam verschwunden. Ich habe einen abgedeckt mit dem Concealer und einen nicht. Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Und, also der Concealer deckt so gut wie gar nicht. Also habe ich das Gefühl, das bringt bei mir gar nichts. Und ich habe im Gegenteil eher noch das Gefühl, dass in dem einen Pickel, den ich behandelt habe, damit eher noch fünf drumherum entstanden sind. Also mir kommt es vor, als wenn ich von dem Zeug picke, kriege statt sie zu bekämpfen. Ist eigentlich auch nicht Sinn des Ganzen. Also, für mich ist das Müll. Also, ich habe da, weiß ich nicht, keinen Effekt gemerkt. Ich habe es dann nochmal probiert. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich davon kommt, dass ich noch mehr Pickel gekriegt habe. Aber es war schon seltsam, weil bei dem anderen habe ich keine weiteren gekriegt, sondern nur auf der einen Seite. Ähm, ich werde es nicht wieder nachkaufen. Ich werde es auch nicht weiter benutzen. Äh, weil es bringt mir nichts. Es hilft nicht. Also, weiß ich nicht. Ich kann damit keine Pickel irgendwie bekämpfen. Kommt mir so vor. Ich habe eher das gegenteilige Gefühl. Also, für mich funktioniert er nicht. Ich weiß nicht, mich würde interessieren, hat einer von euch den? Hat er bei einem von euch gefunktioniert oder gewirkt? Hat irgendwer eine positive Erfahrung damit? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, ich möchte gerne wissen, ob es an mir liegt oder am, am, vielleicht habe ich ein Montagsprodukt. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, mir hat er jetzt nichts gebracht. Und dementsprechend, ähm, werde ich ihn erstmal wegwerfen oder so. Und, äh, ja. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann! Undsprechend! SCHWLSS Vielen Dank.